Heute geht es um einen Berg, der nicht nur einen außergewöhnlichen Namen, eine außergewöhnliche Höhe, eine außergewöhnliche Geschichte und außergewöhnliche Wege, sondern sogar zum Mittelpunkt politischer Ideologien wurde. Heute geht es um den Shishapangma und am besten fangen wir da an, wo die meisten von euch jetzt gerade wohl stehen. Es geht um wen? Der Shishapangma ist 8027 Meter hoch. Sehr hoch möchte man meinen, aber eigentlich ist er der niedrigste Achttausender der Erde. Dieser Umstand lässt den Shishapangma harmlos wirken und zugegeben im Vergleich zu seinen umliegenden Bergen und den anderen Achttausendern ist er tatsächlich harmloser, wenn man so will. Aber wo liegt er denn überhaupt? Der Shishapangma liegt in Tibet in der Volksrepublik China und gehört zum Himalaya-Gebirge. Tatsächlich steht er aber relativ allein als Achttausender in der Kette, im Gegensatz zu Everest, Lhotse, Makalu oder auch K2, Broadpeak und die beiden Gaschabrums. Dadurch macht der Shishapangma optisch was her, nachdem er mitten im Himalaya steht, aber eigentlich auch am nördlichen Ausläufer. Interessant ist auch der Name Shishapangma. Er kommt aus dem Tibetischen, geschrieben Shishapangma, was übersetzt heißt der Bereich oberhalb der grasbewachsenen Ebene. Das haben die Tibeter ganz gut durchschaut. Man kennt ihn vor Ort aber auch unter dem Namen Gosaintan, das ist aber indisch und heißt Platz der Heiligen. Einen westlichen Namen hat der Berg aber tatsächlich nie erhalten. Der Grund dafür liegt nahe. Während am K2, am Everest, Broadpeak, Hiddenpeak und Co. von den ersten Versuchen weg europäische Bergsteiger oder Kolonialisten unterwegs waren, war der tibetische Shishapangma ein Berg Chinas. Und das lässt sich auch gut an der Erstbesteigung erkennen. Der Shishapangma wurde erstmals 1964 versucht. Ein später Achttausender könnte man sagen, denn es war tatsächlich der letzte unbestiegene Achttausender. Die Chinesen hatten nämlich bis zu diesem Zeitpunkt den Berg gesperrt. Ausländischen Expeditionen war es strikt untersagt, die Region rund um den Shishapangma zu betreten. Das hing auch stark mit der Geschichte der Jahre zuvor zusammen. Ursprünglich, und so könnte man das auch heute noch sehen, steht der Shishapangma ja in Tibet. Nachdem Anfang der 50er Jahre die chinesische Volksbefreiungsarmee, ja so heißen die wirklich, in Tibet einmarschierte und Tibet letztlich aufgrund der Überlegenheit Chinas ein erzwungenes Abkommen zur friedlichen Befreiung Tibets unterzeichnete, ging auch das Land letztlich zu China über. Nach diversen Aufständen in den 50ern überrumpelte die Volksrepublik das Land letztlich endgültig. Es wurde politisch komplett China untergeordnet und quasi als autonomes Gebiet einverleibt. Das zählte natürlich auch für alle Berge in der Region. China war in dieser Zeit natürlich darum bemüht, die Öffentlichkeit von Tibet so weit es geht fernzuhalten. Fremde Länder überfallen, die Menschen unterdrücken und Gebiete erobern, war international unbeliebt. Liebe Grüße an dieser Stelle nach Moskau. Um die chinesische Überlegenheit letztlich komplett zu machen, hat man nach den Gebietsansprüchen auch eigene Bergsteiger trainiert, um diese im Hochgebirge Erfolge unter chinesischer Flagge feiern zu lassen. Auch für militärische Zwecke wurde dieses Gebiet letztlich als Ausbildungsstätte genutzt und die Chinesen, obgleich sie komplett von der westlichen Expeditionslogistik abgeschottet waren, organisierten die Bergbesteigungen sehr ähnlich wie wir damals im Westen, nämlich im militärischen Stil. Zwischen 1961 und 1963 unternahmen die Chinesen zwei Erkundungsexpeditionen. Diese führten sie auf stolze 7.160 Meter und zeigte ihnen damit die Schwierigkeiten, Herausforderungen und Probleme des Shishapangwas. Unerfahren waren die Chinesen im Höhenbergsteigen aber ohnehin nicht, wie sie es auch schon am Everest bewiesen. So kam es 1964 zu einer Expedition der Chinesen, bestehend aus 195 Teilnehmern, Trägern, Logistikern, Bergsteigern, Medizinern und vielen mehr. Am 18. April 1964 wurde auf rund 5000 Metern das Basecamp errichtet. Dabei hatte es laut Aufzeichnungen um die minus 20 Grad. Damit waren die Bedingungen auf dieser Höhe eigentlich nicht gut. Aufgrund der Umstände richteten sie dann insgesamt sechs Lager am Weg bis zum Gipfel ein. Eines davon sogar noch auf 7.700 Metern Höhe, was für die Differenz zum Gipfel schon äußerst hoch war. Die engmaschige Logistik, gepaart mit einer außergewöhnlich guten Ausstattung, was den Komfort betraf, führte aber auch zu unglaublichen Massen an Material. Insgesamt 19 Tonnen galt es am Zustieg im Hochland zu schleppen. Doch nicht mal einen Monat nach Beginn der Expedition standen die Chinesen, zehn Bergsteiger an der Zahl, bereits auf dem Gipfel. Am 2. Mai 1964 wurde der Shishapangma erstmals bestiegen. Und dann? Dann passierte erst mal nichts. Also wirklich lange nichts. Denn die politische Situation in China änderte sich noch jahrzehntelang nicht. Das führte letztlich dazu, dass erst 1978 überhaupt erste ausländische Personen nach Tibet reisen konnten, um dem Shishapangma erst mal nahe zu kommen. 1980 macht sich dann erstmals eine deutsche Expedition auf den Weg zum Gipfel. Die erste ausländische. In Deutschland sprachen Teile von der Bergsteiger-Szene auch davon, dass man damit eigentlich irgendwie, also unter Umständen, wenn man es nicht so genau nimmt, sowieso die Erstbesteigung gerade unternimmt. Denn was vor der Öffnung der Grenzen war, das zählt ja nicht. Äh, ja. Tatsächlich aber war der Expedition unter Manfred Abelain eigentlich kaum etwas über diesen Berg bekannt. Trotzdem schafften sie es auf Anhieb auf dem Gipfel. Und damit liegt eine Sache irgendwie nahe. Der Shishapangma scheint kein ganz komplexer Berg zu sein. Und wenn man die enorme Höhe natürlich ausklammert, was man im Gesamtbild selbstverständlich nicht machen darf, ist er rein technisch gesehen und auch im Sinne der potenziellen Gefahren eigentlich eher trivial. Das führte letztlich sehr schnell zu einer spannenden Entwicklung. Die Österreicher, ebenfalls im Jahr 1980, sahen Potenzial für spannende, für schwierige Abenteuer auf dem Shishapangma. Unter anderem Egon Oboest und Ewald Putz. Diese beiden schafften die erste Variante auf den Berg, indem sie vom Normalweg im oberen Bereich wegtraversierten und dann über den Nordgrad eine Verbindung zum Hauptgipfel suchten. Ein Jahr später versuchten das auch Reinhold Messner und Friedel Mutschlechner mit wieder einer neuen Variante. So entstanden am Shishapangma innerhalb von wenigen Jahren schon viele kleine neue Wege und Varianten auf den Gipfel. Doch alles fand bis dato immer auf der Nordseite statt. Spannender waren dann schon die anderen Himmelsrichtungen. 1982 versuchte man es über die Südwestwand und auch im Alpinstil. Dabei waren die Bergsteiger Roger Baxter Jones, Alex McIntyre und Doug Scott beteiligt. Den Westgrad erstmals bestiegen hat Arthur Heiser und einer der besten Höhenbergsteiger aller Zeiten, Jesse Kogutschka. Jahr für Jahr erreichten neue berühmte Bergsteiger über neue berühmte Wege den Gipfel. Scheinbar eine Spielwiese für Alpinisten. Jedoch haben sich viele Menschen am Shishapangma schon auch die Zähne ausgebissen. Zum Beispiel der amerikanische Extrembergsteiger Alex Lowe. Denn auch der Shishapangma, so sicher er wirken mag, bringt die klassischen Risiken der 8000er mit sich. Extreme Kälte, extreme Höhe und die ständige Gefahr von teils großen Lawinen. Tatsächlich aber ist er harmloser als die anderen und deshalb heute ein beliebter Einstiegs-8000er. Man könnte viel darüber philosophieren, ob Angebote im Internet vom leichtesten 8000er, vom geschenkten 8000er oder dem 8000er für Einsteiger eigentlich nicht absurd genug sind. Aber als persönliche Note möchte ich eigentlich lediglich das eine noch betonen. Der Shishapangma ist ein einfacher 8000er, aber kein einfacher Berg. Und nichtsdestotrotz, selbst wenn man auf einfache Berge wie den Shishapangma steigt, sollte man sie nicht abfrühstücken, nur um eben mal auf einem 8000er gewesen zu sein. Dieser Berg ist historisch so gerüttelt worden, wovon der Berg per se ja nichts mitbekommt. Durchaus aber die Menschen, die diese Zeit miterlebt haben und auch immer noch miterleben. Nicht umsonst setzt die chinesische Regierung immer wieder Jahre am Shishapangma aus und untersagt es so ausländischen Expeditionen immer wieder mal überhaupt erst ins Land zu kommen. Der Frühstücks-8000er ist eingesperrt in einem System, in dem Bergsteigen eigentlich gar keinen Platz hat. Auch das sollte man bedenken, wenn man zum Shishapangma reist. Nun würde mich interessieren, würdet ihr, wenn ihr die Chance kriegen würdet, auf den Shishapangma gehen? Und wie findet ihr diesen Berg? Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Und falls ihr zufällig noch warme Socken oder Mützen für den Shishapangma oder auch natürlich den Herzogsstand braucht, dann schaut gerne unter alpenacademy.at slash shop vorbei. Da habe ich ein paar super Sachen für euch. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und bergheil. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch.